Also ich hatte schon immer Lust, die Band nochmal zu erweitern. Wir hatten auch schon öfter mal drüber gesprochen. Ich habe dann auch irgendwie viel an Bläser gedacht, weil die ab und zu mal bei meinen Aufnahmen schon mal vorkommen. Es sind auch so bestimmte Gesangslinien, die für mich so Bläsermäßig sind, die dann manchmal auch mit Bläsern nochmal unterlegt werden, wenn ich die gesungen habe. Und Daniel und ich, wir haben uns zufällig getroffen, obwohl wir uns schon kannten vom Spielplatz. Kindergartenfreude fast. Nein, das nicht. Wir haben uns da getroffen, weil unsere Kinder da waren. Ach so ist das. Und ich hatte immer gedacht, den kenne ich doch irgendwoher. Wie kenne ich den denn? Dachte ich zumindest immer so. Und dann haben wir uns irgendwie in einem Club in Hannover getroffen und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ach, du spielst Trompete und so. Und dann, Mann, wollen wir nicht mal was machen und so hat es sich halt entwickelt. Musik Musik Dankeschön. Applaus Musik Musik Vielen Dank.